Moins und hallo Leute willkommen bei SEX Games and Rock'n'Roll. Ich hau euch jetzt einfach nochmal in mir so einen Community Drop um die Ohren. Ich bin in meinem Atlas DDC unterwegs, den dürften die meisten jetzt erkennen durch meine letzten Videos. Ja, das Match lief nicht komplett optimal. Ich habe auch schon wieder vergessen das Double Heating vom rechten Namen. Achso, ja, das ist okay, in den linken Tor so zu packen. Und ja, das Match, das lief am Anfang ganz gut, später eher suboptimal. Ich habe es irgendwie auch verkackt, die Aufnahme bis zum Schluss zu halten, aber ja, bis zum letzten Mac ein paar Sekunden später und das hat ihn halt einfach zerlegt. Aber es war mal ein cooles Match und das zeigt mal, ja, wie ich finde cool und locker auch die Community drauf ist. Und dass es halt einfach Spaß macht, mit den Leuten zu zocken. Und ja, da alles Nötige dazu, ihr habt den Link zum Forum, zu Razer-Comps und so weiter unten in der Videobeschreibung. Und nochmal hier so der Hinweis, ich habe jetzt eine neue Facebook-Seite. Die meisten wussten gar nicht, dass es eine alte gab. Es gab eine Community-Facebook-Seite, die wird nun, ja, mehr oder weniger gar nicht mehr verwendet. Und ich habe jetzt eine neue Seite eröffnet und da werde ich dann immer wieder so, ja, diverse Infos raushauen, Patch-Notes oder die Oktober-Roadmap, wie jetzt auch rauskommt, wo daraus kam. Wenn ich bei Twitch den Stream anschmeiße, werde ich das posten auf meiner Facebook-Seite und so weiter und so fort. Also alles Nötige und Wichtige. Oder wenn ich mal irgendwie ein paar Tage abstinent bin oder sowas. Was ich jetzt auch war, spontan, war doch nochmal Kurzurlaub angesagt, deshalb gab es ein paar weniger Videos und jetzt hatte ich nicht so ganz die Zeit, wo ich wieder angefangen habe zu arbeiten. Richtig was hinherzuholen, deshalb auch der Community-Drop, bla 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 bla. Schon wieder viel zu langes Vorwort, Leute. Auch weg, viel Spaß dabei, bis die Tage. Ich habe es heute nicht so beim geradeaus laufen. Das ist gut, wenn eine Schlange in den Läufen kann ich noch. Da kann ich noch karte Seitenwände, da kannst du unternehmen kann. Ja, vor allem sind wir ja nicht so schnell, dann können wir noch ein bisschen aufschließen, wenn du hin und herläufst. Ey, jetzt rempel mich hier nicht an. Mach doch mal Alpha. Ey, wir haben dreimal ECM in der Alpha Lanza. Ich bin ja schon in die Mitte, dass die auch mal was abkriegen. Ey, ein Bild für die Götter. Hier hinter den zwei Atlanten, weil die wackeln immer so mit dem Arsch beim Laufen. Ich muss doch vorbei, sonst. Ich kann sich nicht mehr konzentrieren. Ich lauf mal hinterm Warcry her. Ey, wie... Der läuft gegen eine Wand. Hier unten steht das Empfangskommando. So, die schauen doch. Ich habe gerade über den Kettbewerb laufen. Juhu, juhu, juhu. Salute. Schaden. Es ist schön, wenn man so in Empfang genommen wird. Das habe ich selten. So, rechts lang oder geradeaus? Habt ihr zwei Süßen nach dem Match schon was vor? Okay, in D3 scheint was zu sein. Irgendjemand hat hier gerade einen Gauze bekommen. Da kommen Rakete hinter D3s. Wer kennt sich hier denn schon aus auf der Map? Ich lauf einfach immer nur irgendwo hin. Das ist so leidlich. Dann laufen wir hier mit C4. Sie bischen aus wie Mannheim. Ach so, ja dann. Quadrate. Okay, die sind hinten D3, D4. Äh, nicht D3, C3. Bei C3 habe ich was gesehen. Und da ist noch ein Timber in D4. Und da ist noch ein Timber in D4. Nächstes Mal. Gut, ich bin nämlich als Brawler unterwegs. Und die müssen kriegen jetzt hier fett ab da vorne in D4. Ja, wir gehen zu D3. Ja. Da können wir auch mal fett abgehen. Die Gegner ein bisschen ablenken. Genau wie verwirren sie jetzt einfach. Boah, Mensch, auf der Karte leckt das immer bei mir. Ja. Unser D4 fühlt sich da aber nicht weg. Der fühlt sich da wohl. Der Dark Knight Adler ist in dem D4. Okay, die sind jetzt alle D4. Uh, ja. Der Rein da. Bam. Da müssen wir mal abhauen hier. Ich hoffe unser Timber kommt hinterher. So, ich stelle mich mal hier an die rechte Bude. Oben ist einer und den Tunnel unten sind 3. Okay, da kommt... Hier unten kommen sie... Oh, verdammt. Zwei Timbers. Die kommen von D4. Und mit ziemlich viel Speed. D4, C4. Mhm. Wollen wir unten reinpuschen? Uh, die sind sogar zu dritt da hinten. Ja, da kommt ein ganzer Lanze hoch. Ich stelle mich da hinten dann hin. C3, C4. Wenn ihr mitspielt. Die unten wäre frei. Die unten wären frei. Also unten sind... Und so steht keiner mehr. Die sind hinter dem Dropship-Ding. Die haben hier nicht verlaufen, oder? D4 ist frei, ja. Uh, da kommt jetzt immer mehr an. Dann kommt noch eine Lanze. Dann kommt noch eine Nova. Uh, uh. Und ein Summoner. Na komm her, kleiner Summoner. Achtung, bei E4 versteckt sich einer. Mhm. Uh. Guck mal wieder zu euch, die hauen mich jetzt auf. Da ist noch ein Warhawk hinten in D4, ein bisschen aufpassen. Nicht, dass der aus der Distanz die Leute wegrödelt. Ist der alleine, der Warhawk in D4? Ich habe nichts anderes gesehen, ja. Da ist jemand, der halbwegs Long-Range snipen kann, da ist immer eine blöde Kack-Spider. Äh, C3. Uh, da ist noch was. Da ist auch noch ein Direwolf. Ich pusch mal ein bisschen nach unten, ich guck mal, was das ist. Die haben jetzt auch ECM-Cover. Na, ich gebe ihm ECM. Öt, öt. Von hinten haut der Warhawk bei uns rein. Da ist auch noch ein Direwolf, da hinten. Ich gehe mal über C4. Wenn ich schnell genug bin, kann ich sie vielleicht flankieren. Die stehende, der Direwolf steht rechts oben auf diesem Sockel drauf bei D4. Also der ist nicht unten. Mangiaris, halte ich links, ich komme von rechts. Mangiaris, verlass mal den ECM an, ich habe auf Counter. Uh, da ist hier direkt mal was. Scheiße, so kein, ja, wie schön, der kommt runter. Vollidiot. Shit, mein ECM zerstört die Sau. Dafür wirst du verrecken, und zwar elendig. Haben ihn. Sauber. Oh, da ist noch der Spider. Wo, 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 wo? Ach, hier unten irgendwo. Zu meinen Hüsen. Die Dreck-Sau. Rennt er immer um die dicken Kinder herum, die sich nicht so schnell drehen können, ne? Na, warte. Kommt von hinten, D3. Ach, D4. Und was kriegen wir da? Ich bin tot. Oh, da kommt wieder ein bisschen mehr. Nein. Jetzt haben wir da den Highlander. Was noch? Ganz viel in PPKs. Hm. Das ist ganz viel uncool. Wir hätten jetzt nur noch so einen Summoner. Auf einer CT, auf eines Bein. Kriegt von mir LAMs. Ziel Delta meinst du, ne? Hm. Ja, super. ECM-Spider ist laggy. Shit, ey. Da steht ja viel zu viel. Die sind auch so gut erhalten, die Schweine. Da komm ich nicht gegen an. Wer ist zu meiner Rechten, ist dann da von euch? Fuck, Alter. Boah. Bei dir muss noch die ECM sein. Ah, ich kann... Nee, will ich nicht. Ich kann nicht spielen, weil mir leckt das Spiel im Moment. Scheiße. Ja, der zog dir ganz schau. Spiel da oben mit seinem Haus da, ja. Verdammt, ey. Schlechter Mensch. Boah, ich kann Kampfsteuern. Ich renne immer noch gegen Wände. Da läuft die Spider. Schöner wird schon. Hm. So, Spider ist Geschichte. Und der eine Heavy Metal. Ist recht gut erhalten. Zwei RPPKs, AK20, SM6. Versucht ihn zum Kurven. Wie kommt mich auf eigentlich dieses guten Ping her, und... Oh. Wo ist er? Da. Oh, ich kann keinem steuern. Oh, die halten alle noch so viel aus, ey. Oh, ja, das sieht ja auch noch gut aus. Das ist schrecklich. Oh, man, das war übertrieben gemein. Oh, man. Vielen Dank.